Hallo Leute, schön, dass ihr angeschaltet habt. In diesem Video gibt es was für die Augen, denn wir schauen uns heute das Dashboard an, was wir bei uns zu Hause nutzen. Die Inspiration dazu hatte ich aus zwei unterschiedlichen Quellen. Zum einen von meinem YouTube-Kollegen Tobias und seinem Smart Home-Kanal Smart Home & More. Er hat so ein ähnliches Video dort gemacht. Und außerdem in der Community, im Forum, da haben wir einen Beitrag, der heißt Vorstellungen oder Dashboards. Dort zeigt jeder seinen Dashboard, beziehungsweise flext jeder mit seinem Dashboard, kann man schon sagen, das sind echt coole Kreationen. Und apropos Kreation, ihr findet sowohl den Link von Tobias seinen YouTube-Kanal, als auch hier den Link zu uns ins Forum und direkt zum Beitrag unten in der Beschreibungsbox. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall gar nicht verpassen. Wenn ich merke, dass euch hier unser Dashboard zu Hause gefällt, dann mache ich auch gerne ein dediziertes Video dazu, wie ich euch zeige, wie ich das Ganze Stück für Stück aufgebaut habe. Also aufmerksam zuschauen und kommentieren lohnt sich auf jeden Fall, gerade in diesem Video. Und bevor wir uns hier total verquatschen, wenn ihr solchen Content, solche Videos zukünftig gar nicht mehr verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, film ab! Bevor wir ganz tief hier eintauchen, wichtiger Hinweis, im Laufe des Videos werdet ihr die ganze Zeit Einblendungen von anderen Videos von mir sehen. Diese Einblendungen zeigen euch dann, wie ihr diese Karten selbst für euer Smart Home & Home Assistant nachbauen könnt. Entweder bekommt ihr den Link oben rechts angezeigt, aber da darf ich nur bis zu 5 Stück platzieren. Deshalb unten in der Beschreibungsbox hacke ich euch die anderen Links rein. Und dann habt ihr dort die Auflistung und könnt dann nach dem Video rüberspringen und das Stück für Stück in eurem Tempo nachbauen. Die ein oder der andere hat sich vielleicht bei meinen anderen Videos schon mal gefragt, hey, wieso sieht denn die Oberfläche von seinem Home Assistant so komisch aus? Auf der einen Seite so ein kompletter Block und auf der anderen Seite so vier Knöpfe. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund und Erklärung, denn wir nutzen unser Home Assistant auf eine ganz spezielle Art und Weise, weder mit einem Wall Panel, weder auf einem Desktop Computer oder Laptop, weder mit einem Sprachassistenten, sondern ganz stark auf Automation ausgelegt und sehr stark auf Handys ausgerichtet. Deshalb werden wir jetzt hier von der Oberfläche, die ihr gerade seht, wegspringen und springen jetzt mal direkt hier bei mir ins Handy rein und dort gehe ich dann mit euch unser Dashboard bei uns zu Hause durch. Jetzt könnt ihr direkt sehen, wie die Oberfläche eben von der Desktop Ansicht nun auf einem Smartphone aussieht. Ihr seht, die Oberfläche hier ist stark für ein Mobilgerät optimiert. Das hat den einfachen Grund, wenn meine Frau, die Kinder oder ich hier das Home Assistant auf dem Smart Home öffnen, dann ist alles direkt auf einer Seite zugänglich. Und wir werden das Ganze jetzt Stück für Stück durchgehen. Deshalb haltet euch fest, jetzt wird es richtig cool. Ich habe in diesem Video viele Elemente vom Mushroom Design genutzt. Wenn ihr selber auch Elemente vom Mushroom Design nutzen möchtet, dann oben rechts das Video beziehungsweise unten in der Beschreibungsbox und dann könnt ihr das selber für euch nachbauen. Denn hier ist schon die erste Leiste, die direkt auffällt und das ist die Favoritenleiste. Und diese habe ich mit den Chips vom Mushroom Design hier nachgebaut. Wir haben hier die wichtigsten Sachen bei uns im Alltag. Die Tür öffnen, wenn mal jemand klingelt oder die Garagentür öffnen, Bewässerungsanlage manuell starten, Alarmanlage aktivieren, deaktivieren, Rollladen zur Zentrale und dann natürlich so ein bisschen Baustelle, wo ich dann Sachen einfach mal ausprobiere für die Videos, die ich dann für euch produziere. Darunter haben wir die Personenkarten. Und das Coole ist, ihr könnt direkt neben dem Profilfoto sehen, wo sich diese Person derzeit auffällt. Also meine Frau und ich sind derzeit daheim. Dadurch, dass die Kinder noch kein Smartphone haben und somit keinen Zugriff zur Home Assistant, wurden diese Karten für die vorbereitet, damit das dann später übernommen werden kann. Was wir aber auch noch haben, ist hier eine Karte mit einem Auto. Naja, jetzt ist das Auto nicht wirklich ein Familienmitglied, aber ich habe das da hingeparkt, weil das einfach sehr oft beansprucht wird, entweder von meiner Frau oder von mir. Und da ist es dann immer gut zu wissen, welchen Zustand das Auto hat. Ich arbeite hier mit Pop-Up-Karten und speziell hier mit der Bubble Card. Die Bubble Card hat coole Funktionen, komplette Seiten über ein Pop-Up darzustellen und das hat in meinen Augen besonders eine Stärke bei Mobilgeräten. Das seht ihr jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf das Auto draufklicke, dann öffnet sich eine neue Karte. Und ich habe hier diese beiden Autokarten. Wichtig, wir haben nur ein Auto. Ich habe den ID.7 für euch als Beispiel gemacht. Wenn man hier multiple Autos darstellen lassen würde, gibt es ja Haushalte mit zwei, drei Autos, wo die Kinder auch Autos haben. Wenn ihr auch für euer Auto so eine Karte bauen möchtet, das Video dazu findet ihr oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox. Dann, sofern es natürlich möglich ist und euer Hersteller hier von Home Assistant unterstützt wird, könnt ihr das mit dem Video nachbauen. Wir haben hier, passend zu unserem Auto, die gängigsten Funktionen, was hier über Hacks das möglich ist. Aufheizen, aufheizen, stoppen, aufschließen, Reifenkontrolle und dann, wie gesagt, wenn wir ein Elektroauto haben. Bei einem Verbrenner könnte man, glaube ich, Füllstand sehen vom Tank und dann weitere Informationen. Das ist sehr cool. Außerdem habt ihr hier vorne gesehen, ist das grün eingeblendet. Wenn der Akku eine gewisse Schwelle überschreitet, dann wird es grün, weil dann weiß man, okay, dann kommt man mehr als 5 Minuten. Wenn es dann eine gewisse Schwelle unterschreitet, dann wird hier dieses Icon rot. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Darunter haben wir die Lieblingskarte meiner Frau, könnte ich sagen, denn die schaut sehr oft nach dem Wetter. Und zwar so eine Wetterkarte. Jetzt ist die relativ einfach und puristisch gehalten. Und hier kommt jetzt wieder die nächste Besonderheit, wieder die Bubble Card. Denn wenn ich hier drauf drücke, öffnet sich nun ein weiteres Pop-Up. Und wir sehen hier eine Wetterkarte, wo wir dann auch eine Vorhersage haben über die nächsten Tage und eventuell Wochen. Wenn wir dann weiter runter gehen, haben wir dann noch so eine weitere Karte. Denn wenn ich hier zum Beispiel auf Start drücke, dann kann ich den Bewölkungsgrad bei uns sehen. Beziehungsweise ich mache es mal so. Und dann weiß ich, okay, wird es demnächst regnen oder nicht. Und das hilft dann allgemein, hier sich besser vorzubereiten oder nicht. Das ist aber nur ein Beispiel, wie ich das umgesetzt habe. Ihr könntet natürlich auch andere Karten hier nutzen. Das habe ich jetzt nur für euch als Reserve hinzugefügt. Und hättet dann auch hier so eine Möglichkeit. Ihr seht, das läuft hier automatisch durch. Und wenn ich noch weiter runter gehe, habe ich für euch noch eine andere Wetterkarte reingebracht. Einfach als Alternative zu der Wetterkarte, was ihr oben gesehen habt. Hier mit so Balken, ein bisschen so im iPhone-Design. Denn wir aber schauen meistens immer auf diese beiden Wetterkarten. Und das ist toll. Und wenn wir dann damit fertig sind, drücken wir einfach hier auf diese leere Fläche und kommen dann wieder zurück quasi so ins Hauptmenü. Und wo wir es vom Hauptmenü haben, jetzt kommen wir tatsächlich zu den spannendsten Sachen. Und zwar hier zu den Zimmern. Jedes Zimmer ist jetzt hier sein eigenes Pop-Up. Und wir fangen hier mal mit Zimmer 1 an. Wir gehen nicht durch alle Zimmer durch. Keine Sorge. Ja, ich möchte euch hier nicht zum Einschlafen bringen. Aber wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer rein. Dann öffnet sich nun diese Karte. Und ihr seht wieder alles auf einem Blick. Ich muss hier nicht noch weiter runter scrollen. Das hört dann hier automatisch auf. Das ist einfach darauf ausgerichtet. Würde ich weitere Karten hinzufügen, würde ich das so ausrichten, dass es trotzdem auf eine Karte passen würde. Wir haben hier oben die wichtigsten Informationen vom Thermostat. Und dann haben wir hier wieder die Favoritenleisten. Das hatten wir schon vorhin auf der Hauptseite. Nur in diesem Fall speziell für dieses Zimmer. Und in dem Fall Rolladen runter. Einfach mal so ein Quick-Action. Ambiente-Modus, Kino-Modus, Party-Modus. Dann habe ich für euch dann noch so eine Karte als Alternative zu den beiden Werten hier. Einfach reingepackt. Das könnte man dann so kombiniert darstellen lassen mit Temperatur und Feuchtigkeit. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Ich habe es jetzt nur für euch reingetan, dass ihr einen Impuls dafür bekommt. Ich finde diese Karte ein bisschen wild. Darunter haben wir jetzt, ich denke vom Mushroom-Design, Lichtkarten. Und wenn man einfach ein Licht hat mit Dimm-Funktion, kann man das hier dann direkt dimmen. Und wenn man aber zum Beispiel ein Licht hat, was RGB unterstützt, dann kann man das Ganze dann auch hier die Farben ansteuern. Das geht dann natürlich auch. Und wenn man diese Karten nicht benutzt, ihr seht, dann fahren sie ein. Und das ist dann total sauber. Gefällt mir persönlich sehr gut. Weiter drunter haben wir wieder vom Mushroom die Rollladenkarte. Dort haben wir die schnellen Aktionen hoch, runter, stopp. Und genauso, ob es jetzt geöffnet oder geschlossen ist. Aber wenn man mal eine spezielle Position ganz schnell anfahren möchte, dann kann man auch hier draufdrücken, dann auf dem Slider einfach so. Und dann, wie ihr seht, steht dort, wird geschlossen. Und fährt dann dementsprechend runter. Das halten wir jetzt mal an. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Weiter drunter kommen wir zur Spotify-Karte. Wenn ihr auch Spotify bei euch im Home Assistant haben möchtet, oben rechts das Video oder unten in der Beschreibungsbox, dann habt ihr das auch. Und könnt dann hier Musik mit Spotify genießen oder auch Podcasts hören. Um jetzt hier Spotify zu aktivieren, drücke ich hier rechts, wähle ich hier eine Quelle aus. Es wird jetzt ein bisschen kryptisch dargestellt. Es muss sich mal ändern. Und ihr habt gesehen, direkt nach zwei, drei Sekunden hat er jetzt schon hier meine Spotify-Daten geladen. Jetzt kann ich auf Medien durchsuchen gehen und kann dann hier meine Playlist zum Beispiel starten. Oder ich kann auch, wie eben schon gesagt, hier Podcasts. Kann dann hier in die Podcasts reingehen und einzelne Podcast-Folgen hier abspielen lassen. Wie ihr wisst, der Thomas vom YouTube-Kanal Steuer Dein Leben und der Tristan von Tristan Smarter Seim und ich haben unseren eigenen Podcast Smart Home Squad. und den könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt, euch anhören. Zum Beispiel Spotify, aber auch bei Apple und RTL Plus und Amazon und so weiter und hast du nicht gesehen. Und dann könnte man das Ganze hier starten. Und das ist ziemlich cool. Und so hat man dann direkten Zugriff auf Spotify. Und sobald man es einmal gestartet hat, wird die Karte dann auch etwas vergrößert dargestellt. Und dann kann man hier über diesen Knopf wieder diese, sag ich mal, schnellen Menüs dann erreichen. Weiter unten haben wir hier normale Ein- und Ausschalter für Fernseher und Soundbar und dann haben wir nochmal zwei smarte Steckdosen, wo man dann auch hier direkt ein- und ausschalten kann. Also, das zum Wohnzimmer und wie war es bis jetzt? Schreibt mir gern jederzeit euer Feedback unten in die Kommentare. Ich antworte immer. Auf diesem Kanal wurden bisher alle Kommentare beantwortet. Also nutzt das aus, würde ich schon fast sagen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit mir in den Austausch treten möchtet, einfach Kommentar unten und dann bekommt ihr immer eine Antwort von mir. Wenn nicht, gebe ich euch ein Eis aus. Als Kontrast zum Wohnzimmer, wenn wir jetzt noch durch ein, zwei andere Räume reingehen, zum Beispiel bei Terrasse und Außenbereich, dort haben wir zum Beispiel speziell für die Terrasse wieder eigene Favoriten, zu wissen, ob die Terrassentür auf und zu ist, Beleuchtung, Rollladen, dann viele Smartplugs oder Shellye-Releas, die ich an- und ausmachen kann. Wir haben dann noch für das Balkonkraftwerk den Hyper 2000, Shellye Smartplug, wo ich das Ganze auch nochmal separat tracken kann. Wenn euch hier für eins der besten Balkonkraftwerke überhaupt interessiert, den Hyper 2000, dann oben rechts das Video. Es ist in meinen Augen das beste Balkonkraftwerk mit und ohne Speicher. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, das wird euch umhauen. Wenn es euch nicht umhaut, schreibt mir es auch gerne in die Kommentare, warum es euch nicht umgehauen hat. Und dann haben wir hier noch den Füllstand der Zisterne derzeit aus, weil wir sind hier im Winter und da brauche ich die Zisterne nicht. Dann kann ich hier den Füllstandsmesser vom Strom nehmen und haben dann hier nochmal Temperatur und Feuchtigkeit von der Garage in so einem Diagramm dargestellt. Hier oben haben wir direkt die Temperatur vom Außenbereich und das zum Beispiel greife ich ab hier von der Lüftungsanlage. Also der misst wirklich sekündlich, was derzeit draußen los ist. Das ist das Tolle an Home Assistant. Man kann einfach andere Sachen nutzen um hier einen Vorteil in seinem Smart Home zu haben. Wenn ihr eure eigene Plug-It-Lüftungsanlage auch ins Home Assistant bringen möchtet, das Video dazu oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox und dann könnt ihr auch die vielen Entitäten, welche hier die Plug-It euch zur Verfügung stellt, auch nutzen. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Hauswirtschaftsraum als Kontrast zu einem Nicht-Wohnbereich und da könnt ihr auch schon so Favoritenknöpfe sehen, Licht an, aus, Rolladen, aber spannend, in der Mitte haben wir hier Werte für die Wärmepumpe. Mir war es wichtig immer zu wissen, was meine Wärmepumpe so treibt. Wenn ihr selber den Stromverbrauch von einer Wärmepumpe herausfinden möchtet, das Video dazu oben rechts, dann könnt ihr das hier tracken und ich habe geschafft, wirklich meine Wärmepumpe auf das Maximum zu optimieren und meine Stromkosten dafür zu minimieren und allein dafür lohnt es sich schon, solche Sachen zu installieren, um wirklich hier bares Geld zu sparen. Glaubt mir, das Geld für den Shelly Pro 3M habt ihr nach drei Monaten schon raus, wenn nicht schon nach einem Monat. Dann haben wir weiter unten noch ein paar Shelly Smartplugs oder Rallys und somit ist auch der Hauswirtschaftsraum hier abgeschlossen. Nachdem die Räume abgeschlossen wurden, haben wir hier unten wieder so eine Art Favoritenleiste, das ist aber nichts anderes wie die Störeinheit meiner Lüftungsanlage. Ich habe euch schon vorhin gesagt, dass wir eine Plug-It-Lüftungsanlage haben und ich kann die hier an- und ausschalten, einzelne Stufen hochfahren und sehen, wie lange der Filter noch hält. Das heißt, demnächst sollte jemand zur Wartung kommen oder ich die Filter austauschen, sonst haben wir hier ein Problem. Ansonsten ist es deshalb cool, wenn zum Beispiel viele Leute kommen und deshalb hier der Sauerstoffverbrauch sehr hoch ist, dann kann ich hier ganz schnell einfach auf Plus drücken, damit die Lüftungsanlage hier auf der höchsten Stufe fährt. Denn solche Sachen kann man einfach nicht immer automatisieren. Jetzt kommt der Bereich, der sehr individuell ist, denn ich habe hier mit Custom Cards vier weitere Karten erstellt. In der Theorie könnte ich noch zwei weitere Karten hinzutun, das heißt, ich habe hier noch eine Reserve. Vor allem könnt ihr auch diese Karten noch einen Tick schmaler machen mit den Custom Cards. Und wir fangen hier mal mit der ersten Karte an, mit Pflanzen und Außen. Und da sehen wir noch einmal den Füllstand der Zisterne derzeit aus, deshalb sehen wir ihn nicht, aber nur für euch zur Info, dieser Balken fährt dann nach hinten, je leerer die Zisterne wird. Das seht ihr gleich bei einer anderen Karte, also merkt euch das. Sonst haben wir hier viele Pflanzenkarten. Ich habe euch jetzt mal einfach einige kopiert, einfach, dass ihr seht, wie das aussehen würde, wenn hier mehrere Pflanzenkarten wären. Ich habe zwar die ganzen Sensoren da, kam aber noch nicht, die aufzusetzen. Deshalb habe ich sie für euch jetzt vorerst mal kopiert. Dann hat man ganz schnell einen Überblick, was die Pflanzen hier machen. Wenn ihr eure Pflanzen auch in Home Assistant tracken möchtet und nie verwelkte Pflanzen haben möchtet und Pflanzen, die immer schön blühen und gedeihen und in tollen Farben hier leuchten, dann das Video dazu oben rechts. Dann könnt ihr das auch in Home Assistant nachvollziehen und habt dann den grünsten Daumen mindestens bei euch in der Nachbarschaft, wenn nicht sogar bei euch im Freundeskreis. Kommen wir jetzt zu meiner persönlichen Lieblingskarte und dann hier zur Energie. Auch hier könnt ihr sehen, ist eine Regel dahinter über die Custom Cards, dass das hier in unterschiedlichen Farben blinkt oder nicht blinkt, je nachdem, was derzeit die P4-Anlage und das Balkonkraftwerk machen. Wenn wir jetzt hier reingehen, können wir hier einmal die Powerflow Card Plus sehen, wenn ihr die Powerflow Card Plus auch bei euch haben möchtet. Das Video dazu oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox und dann habt ihr das auch, ist in meinen Augen mit die geilste Karte in Home Assistant überhaupt. Dann habt ihr direkt eine Übersicht, was bei euch zu Hause passiert, zum Beispiel, was produziert Balkonkraftwerk, was die große P4-Anlage, Netzbezug, Batteriezustand, Elektroauto-Zustand, Wärmepumpe und andere Großverbraucher, die man hier hinzufügen kann. Und mit einem Klick hier komme ich dann direkt ins Energiedashboard und habe dann auch hier eine tolle Übersicht. Wenn ich jetzt hier weiter runtergehe, dann habe ich hier den Bereich der Batterien. Und so wie das hier abnehmend dargestellt ist, so ist das übrigens auch bei der Zisterne abnehmend dargestellt. Und dann habe ich hier sofort einen Blick, was die Batterien bei mir zu Hause machen. Und wenn sich die Nuki-Hütte-Batterie weiterleert, dann wird sogar rot dargestellt. Also ganz wichtiger Indikator, dass man dann weiß, hey, okay, du solltest es demnächst auffüllen. Kommen wir als nächstes zu Sicherheit und Kameras. Wir haben dann im Pop-Up direkt hier dieses Alarmfeld, was man hier aufsetzen kann, wenn ihr selber so ein Alarmfeld bei euch aufsetzen möchtet mit Code und wo dann das Ganze dann automatisch sich absichert oder nicht. Dann das Video dazu auch oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox. Und dann könnt ihr das selber für euch festlegen. Ansonsten dann hier die multiplen Kameras, die bei uns zu Hause rumwerkeln. Dann hat man auch direkt eine Übersicht, was derzeit passiert. Das Ganze ist derzeit live und also ist jetzt kein Standbild, nur derzeit passiert nichts oder ist hier bei mir ausgeschwärzt für die Privatsphäre meiner Nachbarn. Und last but not least kommen wir nun zum Bereich Roboter. Und was könnte man bei Roboter denn wiederfinden? Natürlich Rasenroboter und Saugroboter. Wir haben nun verschiedene Arten, wie man das Ganze hier darstellen kann. einmal im Mushroom-Design in so einer kompakten Karte. Wenn man dann hier drauf drückt, dann kann man das Ganze hier drüber steuern und das Gleiche dann natürlich auch hier beim Rasenrobo, je nachdem, was der Rasenrobo hier zur Verfügung stellt oder auch der Saugroboter. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit, das Ganze so darzustellen in einer etwas größeren Karte und hier ganz unten sollte eigentlich eine Karte sein, wo man direkt das ganze Layout von meinem Zuhause sieht, weil der Saugroboter das Ganze ja die ganze Zeit kartografiert. Allerdings scheint hier gerade ein Ladefehler zu sein. Es gibt ein Video, wo ihr selber die Karte von einem Saugroboter und die Steuerung über diese Karte ins Home Assistant bringen könnt. Das Video dazu oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox und dann könnt ihr sehen, was ich damit gemeint habe. Wie gesagt, derzeit leider der Vorführeffekt. Aber gut, sei es drum. Somit werden wir nun mit der Tour durch. Ich persönlich würde es total interessieren, wie ihr das Ganze gefunden habt und wenn ihr wollt, mache ich auch zu dem einen oder anderen Punkt, den ihr im Video gesehen habt, noch ein dediziertes, separates Video. Schreibt mir dazu auf jeden Fall unten rein. Sonst, wenn euch das geholfen hat, einfach mal eine Inspiration bekommen, wie man hier Home Assistant über Pop-Up-Karten weitestgehend steuern kann. Über ein Like würde ich mich riesig freuen. Auch der Algorithmus sagt schon mal Dankeschön. Wenn jemand anderes diese Möglichkeit der Pop-Up-Steuerung von seinem Smart Home sehen sollte, dann nehmt das Video und teilt mit denen. Ich denke, die freuen sich auch auf jeden Fall. Somit werden wir durch. Meine Stimme versagt schon auch so gut wie. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.